Musik Herzlich willkommen zu unserem Bibelstudium über den Heiligen Geist und das geistliche Leben. Heute wollen wir etwas betrachten, das weitgehend unterbelichtet ist in weiten Teilen der Christenheit. Es ist in dem Namen Heiliger Geist eigentlich angedeutet und hat etwas mit Gottes ureigenstem Wesen zu tun und dem, was der Heilige Geist in uns tut. Ich rede von Gottes Heiligkeit und von unserer Heiligung. Heute ist es weit verbreitet, von Gottes Liebe zu reden, während man gleichzeitig Gottes Heiligkeit weitgehend ignoriert. Es ist interessant, dass die Eigenschaft, die in der Bibel am häufigsten mit Gott und mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird, aber nicht die Liebe ist, sondern die Heiligkeit. Dass Gott ein heiliger Gott ist, kommt in der Bibel häufiger vor als irgendeine andere Eigenschaft, einschließlich der Liebe. Wenn wir von Gottes Heiligkeit reden, dann meinen wir damit die Reinheit und die moralische Vollkommenheit seines Wesens. Gottes Heiligkeit, das bedeutet einfach, dass Gott vollkommen gut ist, vollständig frei von allem Bösen. Er ist durch und durch, ganz und gar, von Anfang bis Ende, nur gut. Damit ist seine Heiligkeit eigentlich die Grundlage all seiner anderen Eigenschaften. Wenn Gott zum Beispiel allmächtig wäre, aber nicht heilig, also nicht vollkommen frei von allem Bösen, dann wäre er ein Tyrann, aber er wäre nicht wirklich anbetungswürdig. Wenn Gott allgegenwärtig wäre, aber nicht heilig, dann müssten wir Angst vor ihm haben. Aber seine Macht ist heilige Macht, seine Liebe ist heilige Liebe. Und Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er vollständig frei ist von aller Sünde. Er ist vollständig hingegeben nur für das Gute, das in ihm selbst ist. Und damit bezeichnet Gottes Heiligkeit sowohl eine beziehungsmäßige als auch eine moralische Eigenschaft. Sie umfasst die Trennung von der Sünde und die völlige Hingabe an Gottes heiliges Wesen. Gottes Heiligkeit ist also die Grundlage unserer Heiligung. Als heiliger Gott sehnt er sich danach, dass wir werden, wie er ist, nämlich heilig. Und diese Heiligkeit, an der der Heilige Geist maßgeblich beteiligt ist, ist sowohl ein Geschenk als auch eine Anordnung Gottes. In einem Wort gesagt, es handelt sich um Christusähnlichkeit. Aber wie geschieht unsere Heiligung? Auch unsere Heiligung geschieht durch den Glauben an Jesus Christus allein. Der Kampf, den es zu kämpfen gilt, der wird von Paulus im Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2 wie folgt beschrieben. Er sagt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, nämlich aufzusehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Kampf des Glaubens besteht also darin, aufzusehen auf Jesus, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Als Kinder haben wir gerne ein Spiel gespielt, bei dem wir einen Besen genommen haben mit einem langen Besenstiel und dann mit ausgestrecktem Finger versucht haben, diesen Besenstiel auf einem Finger zu balancieren. Das ist so lange gut gegangen, wenn man nach oben geschaut hat. Blickte man auf den eigenen Finger, dann konnte man balancieren, wie man wollte, der Besen fiel immer um. Und genau so passiert es auch, wenn wir nicht auf uns schauen, sondern auf andere Leute. Auch dann verlieren wir das Wesentliche aus den Augen. Aber wenn wir Jesus im Blick behalten, wenn wir aufschauen zu ihm, dann werden wir verwandelt und werden ihm ähnlicher. Das ist der Kampf des Glaubens. Und dieser Glaubenskampf, der währt ein ganzes Leben lang. Und je näher wir zu Jesus kommen, umso deutlicher erkennen wir unsere eigene Unzulänglichkeit, unsere Bedürftigkeit im Gegensatz zu seinem vollkommenen Wesen. Aber je mehr wir uns an Jesus halten, umso ähnlicher werden wir ihm. Und deshalb hilft uns der Heilige Geist, indem er uns immer wieder auf Jesus Christus hinweist. So wachsen wir in Heiligung. Und diese Erfahrung, die wünsche ich mir und die wünsche ich auch Ihnen in Ihrem Leben, immer wieder Jesus ähnlicher zu werden. Möge Gott Sie dabei segnen. Möge Gott Sie dabei.